ach tolle weihnachtliche musik tipptopp nö der schnee ist noch genauso wie vier drin an dem an dem bungalow park heiluch bis well noch gar kein schnee aber an gta sind schnieren komplett aus als scheiße das wäre kompletten geht ja ach schmutzig darum so scheiße geflogen ich hoffe das bisschen freilfalt schon mit tun so mit kacke hier ich stum hier vor in die kiste schnappen und komm ich schnell akumenio naja herrlich blauer ja also eigentlich könnten immer wirklich nur in harten schmutz lang kenne also zumindest kein duo und ich muss so irgendwie bock fordner zurzeit rum richtig und ja ja alles grise hat der pistole gekillt easy peasy da kann ich auch mal mit medkit usen easy peasy aber so ist schenke teil eigentlich ganz ruhig zu sein ah ja was willst du denn mehr million dann könnten wir ja taktisch zu warten bis zum sieg machen oh ja schon ein küsst schon noch mit pack geschenkt könnte ich auch noch mal vertrauen eigentlich auch drauf blaue taktik waren diese schüsse ich bin dann mal ab ja klar ne also so kurz kommen wie viel auf die welt schon geschossen tag weg du hund wenn man schon mal rausfahrende wo die den geschossen wird ja schon da und gut medkit kannst du markieren holen die schmatte noch nicht nicht mehr nicht mehr alter fair kills mit der pistole gemacht ich rasieren voll spiel kogler gar kein mp gut war nur alles verboten das muss man auch dazu sagen alter kann aber bitte waren sie schutz ich muss pushen ich muss pushen medkit ah ja blaue pistole endlich mitränke heißen wirklich viele boards hm 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 boah man wollte ich mich halt grad heal ich gehe wirklich nur noch diesen ich schon nur noch so auf packs warte noch warte noch warte noch wer kannst du top gut ja ich schon drei med kids dann holen ich die sniper noch mal kann baum noch nicht blutet ehrenwerte liane gold ist lianis gar heißen nochmals auf packs wo hast du die snippy sniper markiert hallo hallo lol down haha die sniper lässt grüßen eigentlich alles tut was hat die nächste zone oder so noch und so verkehrt und auf ein bisschen holzfarben da 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 60 level die ich hätte machen will ja doch eigentlich gar kein problem und ich heiße also die die pistol geld richtig ab ja und welt alle spots waren normalerweise bin ich einem normalen spieler kann pistol headshots ob die distanz von 50 meter oder so also wenn dort antreten dead da muss ich mich echt an erfroren ob ich über nur zum fort night pro ginsen oder ob die gegner einfach alle konnten schlicht das kann ich sehen aber wenn du nochmal hilf ins blaues schild oder so dann markieren wir da hat dann holen statt mat dann schmeckt sich die pistole fort also läsigt der schönste ort der welt freudy faulisch richtet schaden an und sporkus ist unser held der war auf jeden fall gut action action jung der junior hallo handelt noch bg da geht mit hallo drachen drachen odem schrotflinte war das denn überhaupt hallo hallo wollen wir hier irgendwo auf dem high ground fester ist deine ach pass auf lohanse rum die roten männer hallo mit dem ausrufezeichen der datieren gleich hallo mal ob die scheiße wunderbare steine jute abischt und das herren wilde endzone ne ender zum entholen stummert ah ja easy die also chest lol wir die tränke das wilde shoot 3 rocket launcher ok ich könnte den südchen easy snipe los kommen oder wir könnten wir könnten ja mal gucken dann könnten wir gleich abstauben oder oder soll man versehen los das auch noch ein ja ja dann machte auch noch mal rückzug million die snipen doch noch schmutz ich bin mal ganz alt und bungalow ganz oben in die bungalow da und enders down instant down aha ob zwielfauer kommen wir weg kommen wir weg direkt auf zwielfauer ich mache noch mal diesen ich gehe mal ein dach ein walk into the high ground ja wo schimmelten die neuen ja ist doch ob da künstlich noch noch pushen pushen push ich muss den aber wel finischen down ja ich muss vorteil ja wahrscheinlich komm mal in die ecke krabbelt ja was willst du bei so 3 h dann machen stabile runde nennt kills stabile runde ach da war doch um so eine scheiße ich wette hätte mir ist früher gemischt hätten wir sie geholt jedes mal die gleiche scheiße deine platzierung ist 2 zwar bis zum nächsten da